Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, als dass er treuer zeigen und Freundschaft halten kann, wann er mit seinesgleichen soll treten in ein Band, verspricht sich nicht zu weichen mit Herz, Mund und Hand. Direkt ist uns gegeben, damit wir nicht allein für uns nur sollen Leben und fern von Leuten sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat, dass Leid einander klagen, so uns betreten hat. Was kann die Freude machen, die Einsamkeit verhellt? Das gibt ein Doppelklachen, was Freunden wird erzählt. Der kann sein Leid vergessen, der es von Herzen sagt. Der muss sich selbst auffressen, der in Geheimen sich nagt. Gott steht mir vor allen, die meine Seele liebt. Dann soll mir auch gefallen, der mir sich herzlich gibt. Mit diesen Bundgesellen verlach ich Pein und Not. Geh auf den Grund der Höhlen und breche durch den Tod. Geheim, der in Geheimen sindANA ausgestattet. Vielen Dank.